Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal einen Nicht-Beauty-Adventskalender an und zwar einen Werkzeug-Adventskalender. Denn diese schöne Schätzelein hier kommt von Engelbert Strauß. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, dass es richtig cool wird, denn ja, also, ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass ich den auch gekauft habe und mein Freund freut sich da immer tierisch drüber. Für ihn ist es tatsächlich auch immer so der beste Werkzeug-Adventskalender. Jedenfalls sagt er das auch immer, dass er das sehr, sehr hochwertig findet und auch total cool findet, dass sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Für ungefähr 50 Euro kann man den bekommen. Ich glaube, 49,71 Euro plus Versandkosten oder so, was ist das? Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch den bestellen, wenn ihr möchtet. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn ihr euch nicht nur einen, sondern zwei bestellt oder drei, dass der jeweilige Preis dann auch günstiger wird. Vielleicht eine ganz coole Sache, wenn man den nicht nur zum Beispiel seinem Vater schenken möchte, sondern vielleicht auch seinem Mann oder, keine Ahnung, seiner Frau, jemandem im Umfeld, dass man da halt mehrere hat oder wenn ein paar Freundinnen sich zusammentun. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns den mal an. Richtig schön Design, dieses Kofferdesign mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und ich glaube, Engelbett Strauß hat mein Video geschaut, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht, denn die haben einen Boxen Adventskalender rausgebracht. Ich feiere das. Wunder, wunderschön. Richtig cooler Adventskalender, schon mal optisch gesehen, ne? Und hier ist irgendwie ein Kläppchen hier oben im Deckel. Da weiß ich noch nicht genau, welches das sein wird, aber ja, schauen wir mal rein. So seht ihr das Ganze wahrscheinlich auch besser, ne? Dann ist Erwin auch etwas präsenter hier. Hier steht jetzt keine Zahl auf dem Deckel. Das heißt, ich glaube, dass das dann das Ding sein wird, wo alles, das Tray sein wird, wo alles reingepackt wird. Deswegen mache ich das einfach schon mal auf. Nein, darf ich nicht. Da steht die 6 drauf. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe gar nichts gewollt. Ich starte mit der Nummer 1. Und die haben wir hier. Die ist flach. Hier haben wir eine richtig lange Verlängerung. Das ist sehr, sehr cool. Mag ich gerne leiden, beziehungsweise ist sehr, sehr praktisch, ne? Hier steht auch schön Engelbert Strauß drauf. Das finde ich auch cool. Ich glaube, das hatten wir bei den anderen Werkzeugprodukten so noch nicht vorher gehabt, die letzten Jahre, ne? Cool. Hier habe ich jetzt die Nummer 2. Und da haben wir einen Inbus, genau. Und der hat hinten auch noch so eine Kugelgeschichte mit am Start. Das schaut so aus. Ja, haben wir auch bei so ziemlich jedem Ikea-Set mit dabei. Aber es ist halt auch einfach ein praktisches Produkt. Ein Inbus-Schlüssel ist das. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und sie ist klein und es rappelt im Karton. Tom, Tom. Und da haben wir einen sehr kleinen Inbus-Schlüssel dran. Also ich kann euch nicht sagen, welche Größen das sind, weil die so nicht dran stehen. Doch, die stehen wohl dran. Das ist eine 2,5er. Und es ist cool, dass das dran steht, ne? Und das hier war eine 4er. Und dann haben wir aber noch zusätzlich was hier mit drin. Und zwar ist das etwas, was wir dann hier in die Verlängerung reinmachen können. Ein Kreuz ist das, ja, ein Pozi. Ein 2er ist das. Schaut so aus. Und wie gesagt, der passt hier in die Verlängerung super rein. Super. Hier haben wir die längliche und schwere Nummer 4. Oha, das ist ein großer Inbus-Schlüssel und zwar in der Größe 8. Ich glaube, das wird ein schönes Inbus-Sortiment werden. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 5 sein. Das ist auch eine Verlängerung oder irgendein Adapter oder sowas. Ja, okay. Wo kann ich dich dran machen? Hier vielleicht nochmal. Okay, dann haben wir noch eine Verlängerung, eine Verlängerung, eine Verlängerung. Kann man machen. Oh, wir haben ja auch Schmiere mit drin. Das ist natürlich auch ganz cool, ne? Man muss nur etwas aufpassen, dass die Finger nicht allzu ölig werden. Jetzt kann ich aber meine 6 aufmachen. Und hier, Nikolaus ist am Start und das ist ein sehr großes Kläppchen. Auch wenn der Adventskalender dadurch dann quasi nicht wiederverwendbar wird, fände ich es ziemlich cool, dass wir das einfach oben im Deckel drin haben, ne? Und ja, da haben wir einfach das Tray. Ich weiß nicht, waren die bei Engelbert Strauß-Stapelbar oder war das bei Vera oder Viha? Da muss ich nochmal gucken. Oder Vera, glaube ich. Ähm, nee. Ich glaube, das war bei den Engelbert Strauß-Dinger, ne? Ich glaube, ja, und da hat Schatzi ja auch schon das ein oder andere von. Das ist nämlich total praktisch. Das hatten wir letztes Jahr herausgefunden und das fand der großartig. Genau, das ist hier auch noch irgendwie mit diesem Drehvieh. Großartig, großartig. Ich kann schon mal einsortieren hier. Okay, denn hier ist auch noch eine, äh, wie, muss ich was, wo reinpacken? Nee, Anleitung hätte ich jetzt gedacht. Egal, machen wir weiter mit der Nummer 7. Da haben wir auch wieder ein kleines Witzlein. Und zwei Produkte sind drin enthalten. Einmal müsste das ein Torx sein, äh, ja, ein Torx 15er ist das, der auch super für die Verlängerung dann geeignet ist. Und dann haben wir auch noch einen Außensechskant in der Größe 6, müsste das sein, wenn ich das richtig rum lese. Schaut so aus. Sieht schon alles sehr, sehr, sieht hochwertig aus. Also das mag ich tatsächlich. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Auch hier wieder zwei Produkte am Start. Einmal haben wir einen Imbusschlüssel in der Größe 3 und einen, ähm, Pozidrive in der Größe 1. Also Kreuz-Bit in Lang. Teilweise sind die Sachen auch magnetisch, habe ich gemerkt, weil das Ding mir gerade rumgekullert ist und mir ein Inbus daran etwas hängen geblieben ist. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns wohl über mehrere Produkte freuen. Jo, und zwar haben wir hier einmal einen Philips in der Größe 2. Das ist ja eigentlich so eine relativ Standardgröße von, äh, Schrauben halt auch in dem Sinne. Und einen Torx in der Größe 10. Habe ich hier. Mit der Nummer 10 wird es auch wieder mit mehreren Sachen, glaube ich, weitergehen. Genau, da haben wir auch zwei Produkte drin. Ähm, das hier ist irgendwie ein sehr spezielles Werkzeug. Das habe ich so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Äh, und ich habe vier gesehen. Das ist einmal eine, äh, Spitze. Und hier haben wir ein Gewinde auf der anderen Seite. Das können wir dann wahrscheinlich irgendwo noch mit reinmachen. Das, äh, ja. Müssen wir uns mal angucken, wo das nachher reinpasst. Und dann haben wir hier noch einen Torx in der Größe 25. Auch das ist eine relativ geläufige Größe, die immer irgendwie mit dabei ist. Ich habe jetzt hier die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oha, da haben wir einen riesigen Imbusschlüssel. Und zwar in der Größe 6. Schaut so aus. Wir haben schon Halbzeit. Ich habe jetzt hier die Nummer 12. Hm, was bist du denn? Mehrere Sachen. Okay, okay. Was bist du? Gehört das hier hinten drauf zu drehen vielleicht? Was machst du? Ist das ein... Ach, das ist irgendwas Spitzes. Okay. Äh, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht die genaue Bezeichnung. Also die lassen sich wirklich, also da hat mein Freund recht, ne? Immer wieder neue Sachen einfallen. Die Nummer 13 ist riesig. Riesig. Ah, praktisch. Ja, hier können wir dann unsere ganze, unser, ja, Bit-Sortiment reinmachen. Und das können wir dann, wie wir das auch gewohnt sind von den anderen Trays, die wir sonst aus den Jahren davor hatten, äh, schön dann da rein sparen. Äh, ihr seht das gleich am Ende, wenn ich das schön für euch herrichte. Das ist so der Moment. Einmal wird es gut aussehen. Kaum wird mein Freund es für fünf Minuten in der Hand haben, sind zwei Sachen verschwunden. Die Nummer 14 wird dementsprechend dann sehr wahrscheinlich auch unsere Sortimente hier erweitern. Und zwar mit einem Philips in der Größe 1. Und auch einem, äh, Hexagon in der Größe 5. Letztes Mal war ich ja so verwirrt, weil wir teilweise Doppelungen hatten und irgendwie fehlte da was. Also irgendwie war da bei meinem Adventskalender ein bisschen was schief gelaufen. Hier scheint das Ganze etwas mehr Struktur zu haben. Die Nummer 15 wird dann wahrscheinlich unser Inbus-Sortiment erweitern. Genau, äh, Inbus-Schlüssel-Sortiment. Oh, guck mal, ach, das ist magnetisch. Bip, genau. Und da habe ich einmal den Inbus-Schlüssel in der Größe 5. Und das hier ist irgendwie ein Magnet, wo man auch noch was reinschrauben kann. Wahrscheinlich das hier. Ja, das passt auf jeden Fall rein. Ob das so muss, gar keine Frage. Äh, gar keinen, weiß ich nicht, ne. Kannst auch nirgendwo hier draufdrücken. Das ist halt magnetisch einfach nur. Ja, dieses crazy Ding haben wir auf jeden Fall hier mit dabei, was so ein bisschen aussieht wie ein Stift. Die Nummer 16 wird dann sehr wahrscheinlich unser Bit-Sortiment vergrößern. Wobei, das ist auch wieder eine Verlängerung. Aber eine andere Verlängerung als die. Okay, schaut so aus. Eine Woche vor Heiligabend sind wir hier am 17. Dezember. Hier haben wir noch ein, äh, ich weiß wirklich nicht, wie die heißen. Ein Pieksding. Ich nenne es jetzt wirklich einfach mal ganz unfachmännisch Pieksding. Hier steht auch nichts drauf von Größe oder sonst irgendwas. Also ganz, ganz crazy. Und, ähm, dann haben wir hier noch einen Adapter, glaube ich, ist das, ne. Das ist dieser hier. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche und enthält einen wirklich winzig kleinen Inbusschlüssel. Steht da überhaupt mit Größe drauf, Leute? Das ist einfach mini, 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 mini klein. Wirklich winzig klein. Und, äh, dann haben wir hier noch einen, äh, Torx 40er. Das ist dieser hier. Der auch dann sich einreihen darf in dieses wundervolle Sortiment. Und ich bin ein Monk. Ich möchte, dass auch die Größen mich anschauen. Der 19. Dezember steht nun vor der Tür und enthält ebenfalls, wie heißt dieses Ding? Ich glaube, das sind auch Adapter, ne? Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gar keine Ahnung. Kommt da noch irgendwas Cooles? Mein Freund hat irgendwas erzählt von wegen, oh, da ist so ein Teestück drin. Gar keine Ahnung, was er damit meinte. Ja, kommt wohl noch. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das geht hier jetzt steil Richtung Heiligabend. Noch so ein kleiner Prümpel, aber der ist nicht so klein wie der, den wir eben hatten. Da steht hier jetzt auch keine Größe drauf. Sieht so aus, ne? Das ist halt ein kleiner Inbusschlüssel. Und dann ein Torx 20er. Den haben wir hier. Der 21. Dezember ist sehr leicht. Also das, der Inhalt des 21. Dezembers. Ein Spiegel. Ach, kannst du da mit den Dingern um die Ecke? Warte. Oder? Ja, auf jeden Fall ist es ein Spiegel. Was ja auch ganz praktisch ist, ne? Ja. Die Nummer 22. Die zweite und letzte Schnapszahl enthält auch wieder zwei Produkte. Also auch wieder so ein um die Ecke Piekser. Entschuldigung, wenn jetzt irgendwelche Fachleute zu gucken ist. Tut mir unheimlich leid. Aber tatsächlich habe ich sowas im Bereich der Werkzeuge noch nie gesehen. Für mich ist es halt, wenn ich jetzt so aus dem Beauty-Bereich rede, ne? Sieht das eher so aus wie etwas, womit ich Pickel ausstechen würde. Guten Tag. Und, ähm, dies ist nämlich eigentlich eher ein Beauty-Kanal. Aber ich habe selber mal in dem Werkzeugbereich gearbeitet und mag halt auch gerne Werkzeuge hier haben. Mein Freund mag auch gerne Werkzeuge. Deswegen gibt es auch dieser Adventskalender hier. Äh, ich kenne mich halt mit diesem Spezialwerkzeug leider gar nicht aus. Aber, mal gucken. Sehr witzig. Und dann habe ich hier einen Torx 30er. Das ist einmal dieser hier. Wird die Nummer 23 jetzt am Tag vor Heiligabend mir ein bisschen Aufklärung verschaffen. Dass ich irgendwie mal auf den Dreh komme, was mein Freund jetzt irgendwie mit T-Stück und Hassel nicht gesehen meinte. Ne. Hier haben wir noch einen Piekser. Wirklich was. Ein Haken. Das ist ein Haken. Das ist ein Haken. Ne. Sieht auf jeden Fall mehr aus wie ein Haken wie alles andere, was ich vorher hatte. Aber halt auch mit einem Piekser vorne dran. Was? Vielleicht irgendwas irgendwo einfädeln? Aber wir sind ja nicht hier bei Handarbeiten, bei Nennen oder so, ne. Crazy. Und das hier ist das Sortiment für meine Inbusschlüssel. Die kann ich jetzt hier rein sortieren. So. 24. Heiligabend. Hier ist dieses T-Stück drin, von dem Schatz hier da gesprochen hatte. Aha. Erwischt. Okay. Kriege ich dich da rein. Okay. Ja, fancy. Richtig cool. Kannst du dann in unterschiedliche Magnetrichtungen setzen, hier oben mit dem Ding, ne. Hast dann hier auch das Engelbert-Strauss-Logo drauf. Das ist schon sehr, sehr schick. Okay. Ich fülle mal den, ähm, den, den, den Behälter. Das Tray. Den Tray, das Tray. Unser Tray. Ich präsentiere euch den befüllten Werkzeugkasten. So schaut das Ganze dann einmal aus. Ich stehe einfach drauf, wenn das Ganze so geordnet ist. Es ist nicht lange so. Deswegen genießen wir diesen Augenblick und diesen Anblick. Genau. Ja, was genau man mit den Produkten anzustellen hat, das ist dann die Sache von meinem Freund. Das kann er dann selber schauen. Ich persönlich glaube, dass der Spiegel auch sehr sinnvoll ist, weil er hat mir schon sehr viele Spiegel gemopst. Und, äh, ja. Es ist definitiv mal wieder was anderes als die letzten Jahre. Ich finde, dass der Inhalt richtig hochwertig aussieht. Und dass das definitiv auch ein schönes Geschenk ist. Und deswegen finde ich das persönlich richtig cool, dass der Adventskalender auch jetzt schon rausgebracht wurde. Weil so hat man die Möglichkeit, falls dann jemand im Umfeld auch gerade jetzt Geburtstag hat oder so, ähm, so ein schönes Geschenk halt zu machen. Und dann hat der Mensch halt in der Weihnachtszeit die Möglichkeit, diesen Adventskalender auszupacken, um sich halt dieses wunderschöne Werkzeugsortiment zusammenzusetzen. Und ja, das wäre es ja auch schon gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Engelbert-Strauß-Adventskalender aus dem Jahre 2023, also aus diesem Jahr, unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.